So, heute vergleichen wir für euch die Knallnachos von Pyroart mit normalen Pyrocrackern, in diesem Fall von Keller. Als erstes die Pyrocracker von Keller und noch den letzten. So, und jetzt zünden wir die Knallnachos von Pyroart. Jetzt zünden wir noch den zweiten. Noch den dritten. Und ja. Und jetzt zünden wir die Knallnachos von Pyroart mit normalen Pyroart mit normalen Pyroart. Und jetzt zünden wir die Knallnachos von Pyroart mit normalen Pyroart mit normalen Pyroart.